Ich bin voll gut irgendwie gerade. Ich hasse zwar Meucheln irgendwie, aber jetzt passt so ein. Passt, passt. Ich bin Zweiter. Jawoll, 600 dp. Perfekt. Jetzt warte ich kurz, weil da ist nämlich einer. Ja, der jetzt näher kommt. Du bist die Kultisane, gell? Ja. Das war spät geantwortet, aber ja, das bin ich. Fuck, wer mich hier... Ah, da bist du tot. Du bist tot. Ah, Rauchbomb, warum nicht, ey? Ich weiß, ich check hier immer nix. Ich check immer so, oh, moe, ich bin voll scheiße, keine Fähigkeiten, alles dumm. Alter, der Schneider. Ja, wie abgeht. Warum redest du auf einmal so gechillt, was du voll angst? Ja, so, tja. Ja, klar, ja, weil ich mich so ein bisschen abreden muss. Voll gekifft in die Inna. Ah, so. Na, ich wollte dich nicht ein bisschen abreden, das Segen. Und wenn Sie an der Ehe sind wieder, es gab kein Geschrei in, also aufgrund des Spieles, deswegen muss es, ja, wie gesagt, und angekündigt Geschrei aufgrund des Ausfalls des Computers geben. Hey, yo. Ja, wie ich auch schon gesagt habe, sein PC ist abgeschissen. Hey. Und ich wurde schon wieder fast erst und wieder abgekackt, ey. Und mein Computer weiß es einfach, ey, es ist so kacke. Ja, aber Computer können nicht denken. Sie haben kein Gehirn. Also meiner, wie es auch sieht schon, der macht mir Angst. Na, aber du bist ja mit dem PC verbunden, mit deinem Headset. Ja. Und dein Headset über mein Kopf, scheiße. Ich muss es aufnehmen, Alter. Wahrscheinlich hast du auch gerade in dem Moment angedacht, wie der kackt sich wieder ab. Boom. Und dann, das tut. Das ist so schlimm. Ja, der Gehirn ist denn mal. Ja, ey, die grausamste Kombi, ich habe mich eingeladen. Mein Computer hat ein Gehirn, der kann denken. Und er hasst mich. Das ist das dümmste, was man haben kann. Was machen wir jetzt? Suche, Allianz, Kopfjagd, Meucheln, Tod, äh, äh. Also, du willst wahrscheinlich nicht nochmal Meucheln spielen. Ja, wenn du willst, meinetwegen. Hoffentlich kannst du dich wieder ab. Ich würde es noch eine Runde spielen wollen. Ja, ja. Suche nach Programmsetzungen. Und ich habe Halsschmerzen von den ganzen Schreien eben. Ich glaube, ich muss mich auch so zurückhalten, weißt du? Wenn ich so Dritter und Vierter bin, dann ist ja alles okay. Dann schrei ich nicht, weil ich Letzter bin. Aber dann kackt mein Computer auch nicht ab, weil ich nicht Erster bin. Das heißt, ich spiele jetzt absichtlich schlecht, Leute. Vier von sechs. Das ist eine schöne Ausrede. Deswegen, wenn ich doch mal schlecht spiele, also wenn ich wirklich schlecht spiele. Und wenn ich gut spiele, sage ich, ah nee, komm, der Computer kann nicht mal. Dann schießt er doch noch wieder ab. Ach, egal. Äh, ich bin, äh, aufgrund eines Fehlers ist man sehr verhandelt. Man tut sich gar nicht ab. Was ist bei dir abgekackt? Dings oder? Multiplayer. Okay, Einschisspiel aber nicht. Hier bei mir kackt man immer die ganze PC ab. Da ist es sehr schön. Oh, ich stand da sogar, dass du online bist. Und ich hab Musik! Ah! Ach, da hast du die ganze Zeit nicht Musik. Ich hab gedacht, die kam einfach wieder oder so, aber egal. Äh, zehn, elf, zwölf, bla bla bla. So, äh, diesmal war ich das wieder und... Ey, jetzt wissen die aber, wie du, diesmal habe ich das sound, aber ich glaube, dass es dadurch jeder stärker leckt. Ey, die wissen jetzt aber, wie wir kurz vor dem Aufnehmen zählen. BZ 11, 12, 11 Uhr. Und... Oha, oha, das war unser Geheimnis. Das ist jetzt, ich schreibe raus. Ich muss die drüber, ich bin, ich bin, dann und dann, dann nehmen wir, dann nehmen wir was anderes. Eins, zwei, drei. Und ich auch, auch, ja ich habe schon echt eingeladen. Achso, oh, ja ich muss noch einmal unterdrücken. Hey, ich muss einmal... Aber das wird jetzt wahrscheinlich noch Dollar, lebt, weil jetzt, das Wort, sehr schön. ich kann ihn zwar und auch am Sonntag hat er geblieben also am Sonntag auf den Prozent anhand des Weisels der Tat und das ist der erste der zweite Sitzel sobald sind da ist dann mein PC ganz er und die Leute sehen das sind gerade auch nicht und das ist 15 oder so ja dieser Meuschel Scheiße ich muss die Klinik dran Barney ist es in der Mann er bringt aber Templer Blick auch was oder um ein Geld ja ich glaube ich kein Profilpaket deswegen ist so scheiße dann los jetzt gehen spiel ich möchte nicht noch mal gekillt werden ohne das nicht die zweite passiert alle und bei mir passiert als alles im Spiel bis zu vorher und dann kann ich so sagen hat hat sich gekillt und so her ich bin der Soldat aber es läuft erst fünf Sekunden sechs ohne von anderen Templern markiert zu werden nein ich wollte auch grad ey das bist du gar nicht du bist gar nicht die Kortisane oh nee ich hab gedacht du hättest mich jetzt voll getötet und könntest deine ganze Wut in mich ich da auch das Läste aber ich wurde von der Kortisane getötet ich bin der Soldat und du bist wahrscheinlich wieder die Schmugglerin hätte ich jetzt nie gedacht okay dann bin ich gleich ein anderer hast du was gegen die Schmugglerin oder was? Lass mich doch so okay wildes Spaß okay wer ist hier alles da war es gar nicht fuck ich bin so schlecht ich bin so schlecht okay ja jetzt gibt's Geschrei aufgrund des Spieles passen ich ich prophezei es okay aber ich bin 08 du bist du hast auch null Punkte oder da warst du überhaupt noch hallo du sagst du du sind die entweder bist du konzentriert oder genervt ich bin beides gerade beides müssen ja boom bitch es war der Henker fuck ich bin so dumm der Schilder der Mann muss hin muss wie es sich anhört wenn die vom Gift abspackt ach 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 ein kirk Chris es war so gut von oben von oben an fr schweiß in der kann noch nicht 20 Meter springen ja anscheinend schon Mausaka nach auch noch null Punkte auch bis der Ritter ja ich bin der Ritter das sagt er soll da Jahrhauter Hallo Ritter hab ich dir mal vertraut ja ich bin auch der Arzt ja ja was schon recht wieder von oben das ist auch so ein scheiß Dachenschiller ich habe noch vergiftet das kannst du mir nicht erzählen das kannst du überhaupt nicht erzählen und aus der Retter hey du wirst grad den Arzt hütteln gert was ne ich bin schon ach du bist gar nicht der Typ ich bin der mit der Rüstung ja ich weiß großen Rüstung und ich hab ein Schwert in der Tasche und diesen nennt man den Ritter ja was ein Schwert in der Tasche ich hab mal zwei Jammern aber ich tötete keinen das ist halt oh neun Verfolger kann ich gleich wieder abhauen und jetzt läuft er hinter mir her oh ha wie das Verfolgerzeichen aussieht man kann 6 Verfolger haben und ist voll krank ey fick dich ey wir müssen mal so alle ein Bündnis machen okay wir gehen grad alle auf den Straßen drüber und dann bam ach egal genau dann töt ich dich hundertprozentig ich tötte immer andere ja aber wenn einmal 6 wirklich alle so gegeneinander verschwören und 7 einen verfolgen auf einmal so weißt du das ist hart die Scheiß Henker der haltet wird mich auch immer da wird einem ja auch ganz angezeigt ab oder dauernd das ist immer schwerer aber ich sehe ihn ich hasse okay ich hatte wieder meucheln Geschrei aufgrund des Spiels ich habe immer noch Punkt ich werde dieses Punkt mal zwei heute nicht los ich sage ist also in dieser Sitzung weil es kein Töte ich tötet keinen er verfolgt mich immer noch den Scheiß Henker ja wie der verfolgt dich vorher weißt du das ja der hat mich anvisiert ich bin weggelaufen und dann laufen wir die ganze Zeit so so ich habe immer noch ich habe auch die die das ist so ich habe die 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 ich habe jetzt mit dem mal zwei den du kannst ich sage ich nur so fern von deutschland bis hin von schalke genau aufrufen warum er nachher kommt ein solcher schalte alle weg kommt das schalte von Bayern oder Dortmund oder so sein ich weiß nicht wer das von denen ist das ist das ist so kacke ich tippe jetzt einfach auf den Henker ich bin in der Fall wie so gut heißt es wusste es in der Fall ist so gut jetzt hast du 0 und ich 900 in den Beine fast lässt also machen wir danach kein Mäuschen mehr okay okay die Kategorie hey die Arme Läder aber 200 Punkte was er hat 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 ab abziehen waren jetzt getötet oder war das doch ein anderer ich weiß es nicht ich hatte noch eigentlich das war doch ein falscher ok ja normalerweise lösen sie sich ja gleich auf wenn du das Gifter den einspritzt so zu sagen den einspringen ja was machen die denn da die gegeben die Marken Brünen mit der Hand und dann sind vergiftet er was soll ich denn da zu sagen unrealistisch so mehr und ich bin auch noch realistisch um welches die sind alle schneller als ich eine Sekunde schneller und schon bin ich tot du hast 200 und der loser der 1 2 3 4 5 6 2011 heißt und zu verfünftigen ist Mara ich bin so dumm okay aber ihr wisst ja ich will absichtlich so schlechter warum das tut was gibt es noch nicht verstehe jetzt nicht war was daran zu komisch na du wohnst mein Schicksal sage ich doch wenn ich betont ist tot und welch auch falsch leck mich doch alle tschüss immer noch 900 Punkte wenn man den anwesend hat dann bleibt er der Verfolger und wieder bei mir steht ich habe ein Verfolger gerade obwohl er mich anwesend hat und dann auf einmal nicht mehr woher doch wie gut ist er bitte im Sprung wie sie mich an tötet mich und ich wollte ihn gerade anbieten aber ich bin nicht so gut mit der Maus ich komme wir werden unter unten so und die anderen haben so mindestens 2000 die vierstellig haben weißt du ja außer dieser loser euch auch wieder mal zwei jährige ich muss einfach mein Gift wenn ich mal zwei er hat ein jetzt egal wie lange das dauert und vieles kostet und alles alt ich habe 600 okay welcher Spaß sagte dass sie die Gäste der Barney der Barney 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 Kulti Sankolik und Kühler errennt errennt ich habe ich habe ihn fiktig wenn ich den jetzt töte dann kriege ich mal zwei und hat trotzdem diese 200 bekommen ist gesamt also das ist ein scheißes ein bisschen auch Park auch 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 von Verlust haben auch von Verlust wie geht es ich frage euch das spiel endet mit BG der es geht auch nicht aus Schade aber ich konnte mich irgendwie nicht bewegen Ach, egal. Hä, warum es ist? Ich bin in einen Strohhaufen gesprungen, dann wurde ich von irgendjemandem anvisiert. Ich bin gerade aus dem Strohballending raus, der springt aber da rein, versucht ihn zu killen. Ich versuche wegzulaufen, aber ich konnte mich nicht mehr bewegen und dann hat er mich doch noch gekriegt. Naja, kann man schwer erklären. Noch 30 Sekunden.